Nur wenige Tage vor ihrer Traumhochzeit mit Prinz Harry, 33, wurde Meghan Markle, 36, glückt von einem traurigen Zwischenfall überschattet, ihr Vater Thomas Markle, 73, sagte seine Teilnahme an den Feierlichkeiten völlig überraschend ab, dabei sollte er seine Tochter eigentlich zum Altar führen. Wie die Hochzeit am Samstag abläuft und wie ihr sie verfolgen könnt, zeigen wir im Video oben. Seine Gesundheit geht vor laut des US-Portals der MZ hatte Thomas Markle vor rund einer Woche einen Herzinfarkt erlitten, der so großen Schaden verursacht habe, dass ihm die Ärzte in eine Operation 3 Stands einsetzen mussten. Der ehemalige Lichttechniker habe den Eingriff gut überstanden, müsse aber noch einige Tage im Krankenhaus bleiben, hieß es. Ich habe meinen Vater immer geliebt und ich hoffe, dass er den Freiraum bekommt, den er braucht, um sich auf seine Gesundheit zu fokussieren, hieß Meghan daraufhin am Donnerstag in einem Statement verkünden. Wie Thomas Markle lebt, erfahrt ihr im Video, royale Unterstützung für die Braut zum Glück eilte der 36-Jährigen ihr zukünftiger Schwiegervater Prinz Charles, 69, zur Seite. Der Prinz von Wales ist begeistert. Messing Markle auf diese Weise in der Royal Family willkommen zu heißen, gab der Kensington Palace noch am selben Tag bekannt. Ihr wollt nichts über Harry und Meghan verpassen? Mit unserem Royal Newsletter erfahrt ihr alles zur Hochzeit des Jahres, gleich unten anmelden. Ihr Vater gibt seinem Segen wie Thomas Markle gegenüber der MZ gesagt haben soll, fühle er sich geehrt und sei dankbar für diese Lösung. Er selbst habe mit Meghan und Harry telefoniert und ihnen seinen Segen gegeben. Das Gespräch sei sehr liebevoll gewesen und er hoffe, die beiden bald besuchen zu können. Die Hochzeit werde der 73-Jährige am Samstag im Fernsehen verfolgen, an einem ruhigen Ort, wo hoffentlich keine Presse auftauchen wird, so Markle. Auch ihr könnt live dabei sein. Verpasst keinen Augenblick der Hochzeit mit unserer großen Live-Show auf bunte.de und Facebook. Wer von Meghans exklusiven Freundeskreis bei der Hochzeit dabei sein könnte, erfahrt ihr im Video.